so gefunden jetzt brauchte nur noch ein bummerung damit euer abenteuer ausrüstung komplett ist wie benutzt man die bomben es braucht ja 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 jetzt kann man wahllos bomben legen kann man auch hier was sprengen schade es war wahrscheinlich auch zu leicht ja Das war's für heute. Was ist das hier? Okay. 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 einmal alles wegbomben also wir müssen ja eh nur wegen der lore nein verdammt meines lorensystem das ist aber es sehr schön ich habe es auch ein Dumpung man kann das sind stern grüne pappe free free grüne pappe ist nicht toll so und und hoch geht's nach unten würde ich noch mal gerne gehen jetzt ist es richtig jetzt hier schon richtig ich habe keine ahnung die einspinne sollte man vielleicht auch kennen und 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 Was ist das? Sehr schön. Ich habe aber hier kein Creeper erwartet, muss ich mal so sagen. Und grüne Explosion auch noch. Grüne Pampe, sehr schön. Mein Problem ist, geht es hier jetzt weiter oder geht es hier nicht weiter? Und scheinbar geht es hier weiter. Dann würde ich nämlich erstmal das andere machen. So. 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 Wir müssen eigentlich nur nach unten. Wir müssen einfach nur nach unten. Überhaupt nicht kompliziert. So. Sie ist zumindest dynamit genug. So. 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 Mir ist das zu leicht. Verdammt. Wir kriegen so ein bisschen mehr Leben. Also was soll's. So. Ich achte halt auch nicht drauf, ich nehme das halt einfach mit. Verteidigung, Angriff, passt. So, nehmt euch schon acht vor, also die in den Felsbrocken. So. Dann springen wir mal ein bisschen mehr hier. Hier unten kommen wir ja leider nicht. Ähm. Ja gut. Es funktioniert also nicht. Okay. 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 also brauchen wir die schienen so oder so sehr schön gefunden eine fehlende schienen jetzt könnt ihr eure friedliche kleine wagenfahrt fortsetzen wir bauen das schienen system aus so so ich habe keine ahnung okay das hat mir irgendwie zu viel spaß gemacht so so was soll ich denn stehen hier ist ja alles irgendwie blöd so 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 wir haben es geschafft noch eine schiene sehr schön aber münzen so 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 gefunden super bombe was ist besser als eine bombe eine ganz menge bomben Um. Okay. Oh Gott. Aber wir können hier ja relativ gut sammeln. So. Sehr schön. So wie wir sehen. Wir schmeißen einfach wahllos Bomben, bis hier alles weg ist. Ähm. Ich bin etwas verwirrt, aber okay. Nochmal Level ab. Ich habe nichts dagegen. Was darf hier? Das war super Bomben. Ja. Ähm. Naja. Sehen wir einfach. Oh Gott, hier müssen wir wieder aufräumen und alles. Ach, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin ein, der Schuss. Aber ich bin mir einfach mal nicht. Und da haben wir dann auch etwasを, öfters uns思考ung. Also, das ist mein Name, der Schuss. Und da ist es, das ist ein Bämmter.